Hey, hey, hier ist der Wappendribbler und ihr habt Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf-Podcast. Nur echt mit den 52-10. Du bist Woche zu Woche schlecht aneinander. Heute haben wir einige News über KFC Uerdingen, über Friedhelm Funkel, über Yannick Theissen, das neue Trikot. Hier sprechen wir auch über Borussia Dortmund gegen die Fortuna und Hannover kriegt auch noch das Fett weg. Ja, das bin natürlich nicht ich alleine der Wappendribbler, sondern ich habe wie immer den Micha am Start. Micha, wie geht es dir? Natürlich geht es mir super. Stimmung. Ich will mit einem super Zitat des Tages in die Folge starten. Yay, ein Zitat. Ja, beziehungsweise meinen Wunsch für nächste Saison. Wenn ihr Saisonwünsche habt, dann ruft sie einfach rein. Spielt dieselbe Saison nochmal. Alles klar, dieselbe Saison nochmal. Und los. Ja, 44 Punkte. Es ist einfach genial und großartig. Und ich kann das Ganze auch gar nicht beschreiben. Für mich ist es irgendwie irreal nach der Hinrunde. Die war, boah, das haben wir auch in unserem Hinrundenrückblick besprochen. Ihr könnt den auch nochmal unten in den Notes finden. Falls ihr den nicht gehört habt, hört gerne nochmal rein. Die Rückrundenvorschau. Oder Rückrundenvorschau. Die besprechende Rückrunde kommt auch nochmal separat in zwei Teilen. Wir besprechen da einmal dann die grundsätzliche Rückrunde. Und dann einmal die Spieler, wie wir sie so bewerten. Wie haben sich einzige Spieler entwickelt? Vielleicht auch nicht. Wo waren unsere Wartungen von vor der Saison? Das gehen wir da auf jeden Fall nochmal durch. Aber auf jeden Fall starten wir auf jeden Fall einmal mit Borussia Dortmund gegen Fatuna Düsseldorf. Und ja, es war ein geiles Spiel. Adam Borczek flog in den 82. mit Rot vorm Platz. Und trotzdem schaffte dann David Kovnacki in der 95. noch irgendwie den 2-3-Treffer. Aber für mich passt das nicht. Fatuna war irgendwie dominant in dem ganzen Spiel. Du hast nicht gedacht, Dortmund ist die Mannschaft, die um die Meisterschaft kämpft zu dem Zeitpunkt noch. Die wurden auch so, ich würde mal sagen, so 30 Minuten zwischen den Hälften waren die geiler als wir. Und deswegen haben die auch drei Tore geschossen. Und Adam Borczek zu einer roten Karte, die echt dumm war, gezwungen. Und wir verlieren dann verdient, obwohl wir viel Geist haben, viel Gute haben. Der eine oder andere würde sagen, Punkt, wer auf jeden Fall verdient. Ich sage ja eher nicht, wenn du gegen Dortmund spielst. Aber Micha, was ist so deine Einschätzung? Ja, nach dem 3-1 von Götze, wo ich auch sagen muss, das 3-1 von Götze war recht gut. Wieder den Ball einfach, wieder diesen Ball, der dann irgendwie so aus der Luft kam, angenommen hat. Und der Ball einfach an seinem Fuß klebt. Und dann, wo ich mir denke, viele meckern ja, dass Götze ja so scheiße geworden ist. Und wenn du aber das Tor siehst, dann denkst du dir so, der kann halt immer noch gut Fußball spielen. Der macht halt den, Barcelona spielt ja in der falschen 9, mit Lionel Messi im Zentrum normalerweise. Nur Messi hat halt eine aufregende Art Fußball zu spielen. Der geht in Dribblings, der dribbelt die aus. Das macht Mario Götze auch. Er macht es halt nur nicht so augenscheinlich nach außen. Aber eigentlich spielt er eine bärenstarke Rückrunde. Hinrunde war noch eher, ja, ist er fit, ist er nicht fit. Aber jetzt spielt er eine bärenstarke Rückrunde. Mario Götze ist einfach ein geiler Fußballer in dieser Rolle. Mal gucken, ob er das dann auch demnächst weiter so halten kann. Ja, ich finde halt nach dem 3-1, das war ja auch schon, glaube ich, die Nachspielzeit. Da müsste das Ding eigentlich durch sein. Aber dann gibt es halt sechs Minuten Nachspielzeit und dann macht Kovnatski noch dieses Tor. Und irgendwie war Dortmund dann komplett durch. Also ich sage mal so, hätte es danach noch irgendwie fünf Minuten weitergegangen, dann hätte Fortuna auf jeden Fall noch das 3-3 gemacht. Die haben halt das Fassern gekriegt, die hatten das Gefühl, boah, fuck, jetzt haben wir was zu verlieren. Fuck, die Meisterschaft schon zum Spiel. Und anstatt, dass sie dann die Brust groß machen und sagen, boom, jetzt gehen wir da ran. War irgendwie, na, ich habe Angst, jetzt das, was ich gerade habe, irgendwie noch zu verlieren. Ja, aber was ich gut fand vom Hoffmann war, wurde er irgendwie nach dem 3-2, hatte Hoffmann ja auch noch die Chance, wo der dann den Dortmund-Spieler, der auf dem Boden lag, den auch extra nochmal anschießt, weil ich dachte so, ja, okay, wir haben eigentlich keinen Bock, dass Bayern wieder Meister wird, deswegen lassen wir hier Dortmund mal gewinnen. Und dann, weißt du, und dann, ja, hat halt nichts geholfen, aber ich glaube, der Hoffmann dachte sich, ja, okay, ich schieße extra den Spieler, der da einfach nur liegt, an. Der Karamann schiebt den Ball dann auch noch irgendwie übers Tor, hätte er dann auch noch die Möglichkeit gehabt, nach der Ecke da wirklich nochmal das 3-3 zu setzen. Geschafft haben wir es nicht, war trotzdem ein geiles Spiel von unseren Jungs. Für den Vertun des Spiels, der ersichtliche Pick wäre natürlich so die Dokobakio, weil der ein gutes Spiel gemacht hat, aber ich würde einfach sagen, oh, ich war Fink. Der hatte wieder eine Präsenz, der hat die Bälle verteilt, der hat wieder 2-3 Mal die Schulter gut eingesetzt, der war körperlich super klasse und dann hatte Axel Whittle echt Probleme mit seiner Körperlichkeit. Und auch deswegen haben wir halt viele offensive Aktionen spielen können, weil Fink einfach der Mann war, der war körperlich da, hat den Ball festgehalten, konnte den weiterreiten, meistens zu Stöger, der dann halt den perfekten Pass oder einen guten Pass spielen konnte in die Offensive und danach war alles offen. Micha, dein Vertunnis spielt? Ja, ich will mich da eigentlich nicht mal unbedingt auf einen festlegen, aber das Tor von Fink war natürlich unhaltbar, dieser Kopfball, dieser platzierte Kopfball, der ist halt unhaltbar. Da kann, da mache ich Marvin Hitz auch keinen Vorwurf, aber Oliver Fink ist halt ein Kopfballungeheu. Ja, körperliche Präsenz hat auf jeden Fall, Kopfballtor war natürlich ein bisschen glücklich, aber auch irgendwie bezeichnend, Dortmutter Abwehr war da halt, die waren komplett weg und komplett null Reaktion von denen. Müssen wir mal deutlich weiter darüber sprechen. Wenn ihr eine andere Meinung habt für den Fortuna des Spiels, haut das gerne bei uns in YouTube, in die Kommentare, schaut das gerne im Projekt megafon.com zu den Facebook-Post, könnt ihr das gerne auch klatschen. Wir haben auch eine Gruppe auf Facebook, Megafon95 und natürlich die Firmestellation von iTunes. Micha, jetzt ging es noch auf den letzten Spieltag zu und viele haben auch gesagt, ja gegen Hannover, ja, da musst du richtig hoch gewinnen. Jetzt war Hannover eher so ein Eierschaukel-2-1-Spiel, wo Fortuna eigentlich bis auf, glaube ich, 10 Minuten die bessere Mannschaft war. So richtige Torchancen hatte man nicht, weil ich glaube, Sahin Radlinger heißt der Torwart, der sein Bundesliga-Demüt gab, einfach geil gehalten hat. Kurz seine Einschätzung zum Spiel, es ging eigentlich außer für uns um Platz 10, es ging nicht mehr viel. Hannover war abgestiegen, wir waren sicher drin. Am Ende des Tages spielt man dann 2-1 und es war auch eher ein lockeres Spiel. Ich habe wirklich im Stadion das Gefühl gehabt, Fortuna nimmt Hannover auch nicht ernst. Das waren dann so Sachen, wenn man dann irgendwie, also ich meine verständlicherweise, weil es geht um nichts mehr, Hannover war abgestiegen. Hannover hat auch, also fußballerisch, so ich meine, das waren so Sachen wie Ballannahmen und so, das war einfach komplett scheiße von Hannover. Gefühlt war Bebo der Einzige irgendwie von denen, der Fußball spielen kann. Da hat aber auch die komplette Elf so aufgestellt, die werden so irgendwie wieder zusammen Wurzelt spielen. Spieler, die wieder fit waren, hat er aufgestellt. Spieler, die in der Saison noch kein Spiel gemacht haben, hat er gebracht. Also das war wirklich so ein bisschen so, hier, okay, komm. Für alle die, die im Karne unzufrieden waren, schmeiße ich jetzt mal so ein Bonbon-Spiel hin. Zeigt mal, was ihr könnt. Hoffentlich bleibt ihr in der 1. Liga irgendwo unter Vertrag. Es waren wirklich so Sachen, zum Beispiel, wenn der Zimmermann auf einmal gegen zwei Hannoveraner ins Dribbling geht und versucht, die auszudribbeln, dann merkst du, okay, es geht um nichts mehr und wir wollen einfach noch ein bisschen Spaß haben. Und dementsprechend war das Spiel auch. Ich meine, die zwei Tore von Fortuna waren natürlich schön und ja, das Tor von Hannover, wo der irgendwie 70 Meter gefühlt aufs leere Tor zu laufen kann, wo Rahman den dann noch versucht abzugrätschen, weil irgendwie das ist so... Du spielst halt auch in der zweiten Halbzeit... Ein Freundschaftsspiel sozusagen. Ja, du spielst halt auch in der zweiten Halbzeit eine Viertelstunde oder 20 Minuten richtig geil. Machst du innerhalb von vier Minuten zwei Tore durch Rowan Hennings und durch Kehna Karaman. Und dann ist die Kiste auch irgendwie durch. Danach schaukelt es sich das Spiel zu Ende. Und jetzt können wir alle darüber streiten, wer der Spieler des Spiels war. Wir können jetzt wieder sagen, nur Luke Bakio war der Spieler des Spiels. Aber für mich so ein bisschen Rowan Hennings, weil er immer wieder gezeigt hat, wie körperlich er sein kann im Sturmzentrum. Das hatten wir gegen Dortmund nicht. Gegen Dortmund hatten wir durch das Kabakio im Zentrum. Jetzt hatten wir wieder Rowan Hennings. Und jetzt hatten wir die ganze Saison so ein bisschen immer das Problem zwischen Marvin Dux. Das ist eigentlich unser Favorit gewesen. Aber Rowan Hennings hat sich dann doch durchgesetzt. Hat Rowan Hennings einfach die Körperlichkeit? Oder ist es einfach nur dem System geschuldet, dass er der Spieler ist, nimmt den Ball an und kann ihn ablegen? Oder ist dann doch eher Benito Rahman wirklich der Star des Spiels, weil er sich diesmal richtig durchsetzen konnte? Scheinbar in der Rückrunde. Ich würde immer noch behaupten, dass Dux eigentlich ein besserer Fußballspieler ist als Hennings. Aber Hennings ist halt so dieses Kämpfertier. Es hilft. Ja, es hilft, sage ich. Bei Dux ist ja das Problem, dass der... Der Typ, der mit Gucci-Schlappen zum Training kommt. Ja, genau, der ist... Das ist so. Und irgendwie wurde er halt mit Fortuna nicht wirklich warm. Aber Hennings ist natürlich ein überragender Stürmer. Der hat jetzt vielleicht nicht ganz so viele... Also der hat jetzt nicht irgendwie 10 Tore plus gemacht. Aber ist trotzdem ein wichtiger Spieler gewesen, weil der einfach mal sich auch mal durchsetzen kann und auch mal ein bisschen robuster ist und nicht wie zum Beispiel Rahman oder Luke Bakio, wenn die dann halt ein bisschen angeschubst werden, dass die dann halt nicht die Muskatur dafür haben, dagegen zu halten. Ja, an sich fand ich, finde ich auch, dass Hennings gegen Hannover später des Spiels war. So, machen wir die ganze Sache rund. Ihr könnt gerne weiter uns liken, teilen, kommentieren. Und dann würde ich jetzt sagen, wir machen die ganze Sache rund, besprechen noch ein paar News. Und eine der krassesten News, die ich gehört habe, war, dass der KFC Oettingen Duisburg noch richtig viel Kohle schuldet, praktisch für die komplette Rückrunde, um in ihrem Stadion zu spielen. Was daraus wieder schließt, weil die ja nicht so bei uns spielen wollen, jetzt Vorkasse leisten müssen. Ich als Wirtschaftsmensch finde das natürlich nur nachvollziehbar, aber du als Hardcore-Fan der Fortuna in den letzten Jahren, was ist deine Meinung darüber? Denkst du eher so, ah ja, lass sie doch da Fußball spielen, scheißegal? Da denkst du eher, fuck you, KFC Oettingen, gib uns die Kohle. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlimm, dass die sehr wahrscheinlich nächste Saison bei uns im Stadion spielen werden. Ich finde halt auch gut, dass sie Vorkasse leisten müssen, weil der, ich hab schon wieder vergessen, wie der heißt, der hat auch so einen geilen Namen, Pomochenkov gefühlt, oder irgendwie so heißt der. Pumaraev. Oder so, scheißegal, ob du auch wusste, fuck you. Anscheinend schuldet der Duisburg noch Geld für die Stadionmiete und deswegen hat halt Fortuna gesagt, ja, ihr müsst die komplette Saison im Voraus bezahlen, sonst dürft ihr nicht spielen, was natürlich auch von Fortuna oder von der Stadt Düsseldorf natürlich verständlich ist. Von Daylife, Daylife ist ja die Stadionfirma. Und ein Lob können wir denen auch aussprechen, denn ab September gibt's Schuhmacher Alten der Arena. Fortuna, jetzt gehen wir erstmal zu dem Punkt über, dass du dich freust, leckeres Bier im Stadion zu trinken. Ich hab ja jetzt eine Statistik gehört, dass allgemein im Stadion nur 20% Altbier getrunken werden und wenn ich mir mal ausnahmsweise im Stadion ein Bier hole, dann hole ich mir immer einen Pilz, weil ich das Altbier da irgendwie, ist nicht nach meinem Gusto, sag ich mal, deswegen freue ich mich natürlich, wenn es da jetzt Schuhmacher Alt gibt. Meiner Meinung nach liegt es ja nicht, also es liegt schon daran, dass Frankenheim einfach eine Großbrauerei alt ist, was einfach nicht schmeckt. Das ist natürlich auch ein Punkt, aber du kannst jetzt zwar nicht ändern, dass das Bier pisswarm abgestanden und schlecht gezapft ist, aber ein pisswarm abgestandenes Schuhmacher schmeckt dir besser als ein pisswarmes, abgestandenes, schlecht gezapftes Frankenheim. Ja. Würdest du dann eher ein Bier trinken? Ja, genau. Also ich würde, nein, ich würde eher, ist dann halt auch irgendwie gefühlt sowas Verbundenes zur Stadt, weil Frankenheim ist dann ja auch eher so eine Großbrauerei und Schuhmacher ist noch so was Kleines, so eine kleine Bauerei. Ja, und das war mal wieder so eine Aktion von der Verwaltung vom Stadion, also von Daylife, wie jetzt zum Beispiel auch der Stadionname oder das Irding in der Arena spielt, was halt nicht wirklich mit Fortuna abgesprochen war und Fortuna ist jetzt verärgert, weil Frankenheim als Fortuna-Sponsor sich denkt, ja, die bezahlen auch irgendwie 400.000 Euro im Jahr und der Sponsor denkt sich jetzt, ja, warum sollen wir euch weiter, warum sollen wir weiter Sponsor von Fortuna Düsseldorf sein, wenn wir, wenn es unser Bier nicht mehr im Stadion gibt und deswegen... Ja, aber das Problem, also ich erkläre das mal. Frankenheim hat einen Deal, einen Sponsoring-Deal mit Fortuna Düsseldorf, aber es gibt zwischen Fortuna und der Stadionverwaltung keinen Vertrag, dass es Frankenheim geben muss. Also gibt es da keine Verbindung. Also kann der Stadionbetreiber sagen, ja, aber Schumacher, es gibt uns einfach eine bessere Kondition. Das kann natürlich Frankenheim sagen, ihr verkauft kein Bier mehr. Aber der Deal ist halt nicht entstanden, weil man im Stadion Frankenheim verkauft, sondern weil Frankenheim eine Düsseldorfer Marke ist, die Fortuna Düsseldorf zu sponsern will. So sieht zumindest das die D-Life AG. Ja, ich meine, uns wird auch kein Mikrofonhersteller sponsoren, wenn wir im Podcast ein anderes Mikrofon benutzen. Das ist halt meiner Meinung nach komplett logisch und ist dann auch logisch, dass dann Frankenheim sich denkt, so, ah, ob wir da jetzt noch weiterhin Sponsor bleiben, wenn es im Stadion ein anderes Bier gibt, also praktisch ein Konkurrenzbier mit Schumacher halt. Da kann ich verstehen, dass Fortuna natürlich verärgert ist, weil es halt mal wieder nicht mit denen abgesprochen wurde und die halt auch nur ein Mieter sind beziehungsweise auch nur ein Event sind da. Genau, die sind auch nur ein Event. Ja, genau. Für die D-Life AG ist halt Fortuna Düsseldorf ein Event, was glücklicherweise fast das komplette Kalenderjahr an Events voll macht. Ja, der, ich hab das Gefühl, D-Life ist halt komplett egal, ob da jetzt irgendwie ein Toten Hosen Konzert drin ist oder ob Fortuna drin spielt. Das ist einfach nur ein Event, woraus man halt monetär ein bisschen Gewinn machen will, weil man muss das Stadion halt auch noch abbezahlen. So, und das kostet ja immer noch, das komplette Stadion kostet der Stadt ja immer noch Geld und deswegen kann ich, ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man dann versucht, so viel Geld wie möglich zu erwirtschaften, aber ich find's dann auch schade, dass man dann trotzdem Fortuna, sag ich mal, als einen Kunden sieht oder als einen, ja, das ist halt dann jetzt ein Event zu dem Zeitpunkt und nicht als, okay, das ist unser Hauptmieter und der sollte auch mal ein bisschen Mitspracherecht haben. Fortuna ist halt ein Kunde und nicht der Kunde. Ja, so kommt es zumindest rüber. So ist es halt auch. Du hast ja in der Arena nicht nur Events, die auf dem Rasen stattfinden oder in der Halle, sondern in den Logen werden, da kann man studieren, hab ich gesehen. Genau, da kann man studieren, da kann man Speaking, werden Speeches gehalten, Speaking ist ein großes Thema, das Hotel ist ein großer Part davon, dann hast du unter anderem auch die Fortuna, die für Werbezwecke und Büros da Apartments, Apartments ist falsch, aber Abteilungen gemietet hat, also das kommt alles zusammen und Fortuna ist halt ein Kunde, vielleicht der größte Kunde von Daylife, halt ein Kunde und nicht der Kunde, nach dem man sich richtet. Das ist halt keine Partnerschaft wie wir, dass wir in dem Podcast halt umfällig eine Woche verschieben, weil einer keine Zeit hat, weil wir das miteinander machen wollen. Ich könnte mir auch einfach irgendwen einladen oder du könntest dir irgendwen einladen, über Fortuna zu sprechen, das kennen wir genug. Aber es ist halt unser Projekt und das ist halt Ja und wenn man es macht, dann wird es auch abgesprochen und nicht, dass ich dann auf einmal gucke und dann ist auf einmal ein Podcast online und ich denke mir so, wo kommt der denn jetzt her? Und das Gefühl habe ich bei Fortuna so, dass dann auf einmal, die machen morgens die Zeitung auf, die Frankfurter Allgemeine, um nicht die Zeitung mit der drei Buchstaben zu sagen und denken sich dann so, wie über den spielt nächste Saison bei uns im Stadion? Können wir nicht einfach sagen, demnächst ein Axel Springer verlangt? Nein, das ist auch ein... Egal. Geht alle wählen. Bevor wir bei dem Thema sind. Das musst du rausschneiden, wenn der Podcast released, waren wir schon alle wählen am Sonntag. Ja, ihr wart wählen gewesen, hoffentlich. Wer nicht wählen gewesen ist, der macht den Podcast jetzt aus und schämt sich fünf Jahre und geht danach zur nächsten Euro-Konferenz. Also, aber Friedhelm Funkel soll nach seiner Training für den Verein erhalten bleiben. Er hat halt viel Wissen, viel Engagement, was man mit den Spielern umgeht und ihn einfach so als Berater zu haben ist eine coole Idee. Meiner Meinung nach, aber ist Friedhelm Funkel so der Hands-on-Guy, der will schon richtig fühlen können, was da abgeht. Ansonsten macht das halt nicht. Und wer, wie du schon sagtest, der soll halt über die Saison hinaus Fortuna noch erhalten bleiben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt als Trainer, sondern dann irgendwie als Berater. So wie, wie heißt der von Bayern, der jetzt bei Dortmund ist? Matthias Sammer. So wie Matthias Sammer praktisch bei Dortmund so als Berater agiert, soll Friedhelm Funkel dann anscheinend bei Fortuna das gleiche übernehmen. Ich finde gut, wenn man ihn halten kann im Verein. Ich finde aber auch gut, dass man dann vielleicht nach der nächsten Saison sich mal einen anderen Trainer drüber nachdenken könnte. Wenn wir jetzt mal weg vom Fußball gehen, weil Fußball ist ein eigenes Business an sich, aber in der normalen Geschäftswelt würdest du zum Beispiel hingehen und du würdest jetzt, du weißt, das ist da. Du weißt, das letzte Jahr deines aktuellen Geschäftsführers ist da und du würdest praktisch den Junior-Geschäftsführer oder wie auch immer du haben möchtest, würdest du jetzt nehmen und würdest den Groomen, sagt man im Englischen. Ich habe kein deutsches Wort dafür. Du würdest ihn halt nebenan die Seite stellen, der würde sein Schatten werden und der würde halt jetzt das Ganze lernen und dann nach dem Jahr übernimmt er das halt und der alte Typ ist irgendwo im Hintergrund im Aufsichtsrat oder in der Geschäftsführung irgendwo noch ein Berater und wenn der Typ Balefro geht zu dir und sagt so ey, wie hast du das damals gemacht? Wie hast du den Deal eingefädelt? Ich habe gerade voll den Struggle und ich weiß nicht, wie es geht. Dann würde er sagen, das habe ich damals so und so gemacht. Bleib hart. Sei passionate und dann funktioniert das. Wie heißt das Wort auf Englisch? Groomen. Ich kenne nur die Groomen Group. Entschuldigung. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß genau, was ich meine. Aber das wird halt nicht passieren. Du wirst halt irgendwen holen und dann müssen wir als Fans müssen halt hoffen, dass der ein Draht zur Mannschaft hat, dass die Mannschaft dann zusammenbleibt und wir dann nicht absteigen. Weil ich glaube, Fritz und Funke, nächste Saison wird schwer. Nächste Saison wird nicht so leicht wie diese. Wir werden Anfang der Saison wieder viel mehr meckern oder wieder viel mehr Spiele verlieren werden als jetzt noch in der Rückrunde. Aber wenn man ähnliche Spieltypen holt und ähnliche Spiele sie weiter behält, sagen auch alle Taktikexperten, wird das nächste Saison auch auf jeden Fall ein Klassenhalt, wenn man so weiterspielt wie bis jetzt. Wo wir schon beim Funke sind, dass das jetzt da wieder irgendwie nachgetreten wird mit Palli Kutscher und Schäfer. Aber da merkt man halt wirklich, dass der Funkel wirklich verletzt ist, dass der da jetzt so nachtritt. Weil normalerweise kannst du dir eigentlich denken, wenn du, sag ich mal so, wenn du die Schlacht gewonnen hast und jetzt die ganze Stadt dich feiert, dann kannst du auch denken, ja, scheiß auf die anderen. Aber dass dann jetzt noch ein Interview geführt wird, wo der dann, ja okay, auch verständlich, weil Palli Kutscher jetzt in Nürnberg ist und der Trainer, den der jetzt in Nürnberg eingestellt hat, der ist, wo in den Medien schon hieß, dass er Friedhelm Funkel jetzt im Winter ersetzen soll. Ja, aber trotzdem. Ich könnte jetzt behaupten, dass wir jetzt wissen, wer die Kontakte nach Österreich hatte. Seid einfach so, ist natürlich alles scheiße gelaufen und im Nachhinein können wir froh sein, dass sich da ein bisschen was geändert hat. Wollen wir die kurzen Reden nicht lang halten und vielleicht, wenn ihr Bock darauf habt, können wir gerne so einen Fortuna-Business-Talk machen. Aber ansonsten sprechen wir einfach mal, dass Yannick Theissen einen Profivertrag bekommt und aber ausgeliehen werden soll. Ja, als ich gelesen habe, dass Yannick Theissen einen Profivertrag bekommen hat, dachte ich mir auch so, Hooray! Ja, wo ich mir dachte so, warum? Weil, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, Ja, aber, ja, nein, das war, das war so, okay, Yannick Theissen bekommt einen Profivertrag. Da dachte ich mir so, cool, weil er den Wiesner ersetzt, weil Wiesner ja jetzt so lange verletzt ist und ich glaube, weiß, wann kommt er zurück, wird er zurückkommen. Genau. Aber dann irgendwie, eine Woche später, hat Fortuna den, ähm, den Florian Kastenmeier, was auch ein super Name ist für den Torwart, bis 2022 verpflichtet. Der ist 21 Jahre alt, kommt aus Stuttgart 2. Wo ich mir dann denke, eigentlich hat jetzt Theissen, den Profivertrag bekommen, für Nummer 3, was ja jetzt der Kastenmeier sein soll. Und, ähm, ja, aber angeblich, äh, so wie ich's mitbekommen hab, soll Theissen jetzt irgendwie verliehen werden, in die zweite oder dritte Liga. Ich kann jetzt sowas erklären. Rensing hat bis 20 den Vertrag, ein Jahr noch. Ähm, ähm, Theissen wurde belohnt, dafür, dass er auf der Bank saß, aber man hat auch gesehen, was er für ein Talent er hat. Man möchte ihn verleihen, er soll spielen, damit er vielleicht die Nummer 1 wird. So, so weit, so weit zu gut, weil Wiesner ist leider verletzt und deswegen wird da wahrscheinlich nie wieder was draus. So, jetzt hat man Kastenmeier geholt als Nummer 3. Der wird auch Nummer 3 sein, der wird das gleiche machen wie der Wiesner vor ein paar Jahren, immer mal wieder in die zweite und dann gibt ihm. Jetzt ist das Problem, Rensing ist die Nummer 1, außer man holt noch einen anderen Torwart. Ja, aber das ist ja in Planung. Genau, holt man aber keinen Torwart, weil man sagt, die sind alle viel zu teuer und das wollen wir nicht ausgeben, wird Tyson nicht verliehen und Tyson tritt dann praktisch den Zweikörper für Michael Rensing an, den erstand jetzt, weil Friedhelm Vogel schon gesagt hat, ja, wenn wir nur den Rensing haben und keinen neuen Torwart holen, bleibt der Rensing die Nummer 1. Verliert. Weil, wo man so Trainer schon praktisch jetzt gesagt hat, egal was passiert, der Rensing bleibt die Nummer 1. Ja, was ich halt in der ganzen Sache, Fortuna stellt praktisch gerade auf, als wären Wiesner und Wolf, als wären die tot, als wären die nicht mehr da. Also, ich glaube, ja, das ist halt so. Weil, warum verpflichtet man praktisch noch einen, noch einen mit, äh, man hat ja Tyson und Wiesner und verpflichtet dann nochmal mit, ähm, Florian Kastenmeier praktisch noch einen dritten Torhüter, der, sage ich mal, der erste Torwart der zweiten Mannschaft sein soll. Hat dann aber auch angekündigt, dass man auf jeden Fall einen Konkurrenten für Michael Rensing noch holen will, wo, wo es dann ja hieß, man holt vielleicht Martenia, man holt vielleicht Esser, aber wo, ähm, man holt vielleicht Schubert. Ja, man holt vielleicht den Schubert, wo, wo ich dann, äh, auch gehört hab, dass, äh, keiner von denen jetzt Fortuna wirklich interessiert ist, sondern Fortuna am, äh, die größte Interesse von Fortuna an André Hansen ist, der, ähm, in, in Dänemark spielt, aber wie viel da jetzt auch wirklich dran ist, aber das wäre dann, sag ich mal, auch wieder ein Transfer, wo ich mir denke, das wird eher in, in die Berechnung von Fortuna passen, weil die dann eher einen erfahrenen Torwart holen wollen, der dann Konkurrent ist für Michael Rensing. Wie alt ist der Hansen? 25, 26? 27 ist er. Ich meine, der wäre 27, ähm, ich hab's mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich meine, der wäre 27 oder 28, also er wäre auf jeden Fall Ende 20, es wäre jetzt keiner wie, wie, äh, Kastenmeier oder Tyson, die dann halt noch Anfang 20 sind und, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe, aktuell macht die Torhüterkonstellation keinen Sinn, außer man denkt wirklich, ähm, Wiesner und Wolf sind weg, man kann nicht mehr auf die zählen und dass Fortuna sich jetzt denkt so, okay, wir spielen, wir holen uns zu Rensing noch einen zweiten Torwart, der um die erste Position spielt und wenn Wolf vielleicht irgendwann mal wieder fit wird, ist okay, wenn nicht, ist auch egal, genauso wie man es halt mit, ähm, Florian Kastenmeier gemacht hat, weil mit Tyson und Kastenmeier hat man praktisch zwei auf einem Niveau, wo Wiesner auch dazu zählt, aber, ähm, Wiesner, ob er überhaupt zurückkommt und wann er zurückkommt, ist dann auch egal, weil man hat ja zwei, wenn man halt Wiesner und Wolf wegdenkt, macht alles Sinn, aber ich denke mir so, ja, die werden aber doch irgendwann wieder zurückkommen und dann hat man auf einmal sechs Torhüter und dann denke ich mir so, okay, das ist, äh, alles ein bisschen, äh, kompliziert. Keine Ahnung, was da abgeht, äh, vor allem, man plant halt irgendwie die beiden, weil man es halt nicht weiß, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du jetzt nicht planst, mit, also wenn du jetzt ohne sie planst, hast halt vielleicht Pech und du hast im Winter irgendwie sechs Torhüter in der ersten Mannschaft, wenn du aber mit ihnen planst, dass du Pech noch ein, dann musst du wieder einen Drobny verpflichten, ähm, obwohl bei Drobny, müssen wir auch sagen, leider noch nicht klar, also es schien klar, dass er, äh, bei uns in der Jugend anfängt, als toller Trainer, aber, äh, leider ist es wohl dann doch nicht so, momentan scheint es eher, dass er zurück nach Bremen geht, aber lassen wir die Spekulation so ein bisschen mal weg und behalten uns das mal für die Saisonvorschau vor, die irgendwann eine Woche oder zwei vor dem ersten Spieltag, aber auf Instagram und Twitter werden wir euch da auf jeden Fall informieren, äh, gebt uns da auch ein Abo und dann sind wir alle glücklich, glücklich bist auch du über das neue Heimtrikot, ich finde es irgendwie hässlich, auch wenn ich die Symbiose zwischen dem, ähm, Traditionstrikot verstehe und dem Jubiläum und alles mögliche, aber ich weiß, dass du begeistert bist. Ähm, ja, es geht, also, als ich das Trikot zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, irgendwie kenne ich das Trikot und dann habe ich gemerkt, okay, das ist auch wieder so ein Traditionstrikot mit diesem, was halt komplett, also als allererstes war ich überrascht, dass es weiß ist als Heimtrikot und nicht rot, aber da habe ich, ähm, eigentlich keine Probleme mit und, ähm, es ist halt wieder so ein Traditionstrikot. Ja, auf den ersten Blick dachte ich mir so, oh, irgendwie ist das langweilig, aber die haben das ja jetzt auch am letzten Spieltag gegen Hannover im Stadion, also hatten die das an und dann dachte ich mir so, getragen sieht das schon cool aus und deswegen denke ich mir, das ist ein cooles Heimtrikot. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie das dann aussehen wird mit dem Auswärts- und dem Alternativtrikot. Hoffentlich wird das Auswärtstrikot dann rot und das Alternativtrikot schwarz. Also das dritte Trikot, das Hauswärtstrikot, muss ich vielleicht sagen, wird ein Modetrikot werden. Das wird wieder ein Trikot sein, was eine Trendfarbe hat, was in die Zeit passt und was du weißt, was Kinder und Familien und Mütter und Frauen gerne tragen, damit die halt das Trikot gut kaufen. Das ist halt so ein Marketing-Ding. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, fuck you, Marketing. Immer redet der Maurice nur von, das habe ich in meinem Namen gesagt, immer redet der Wampendribble nur von Marketing und wie kann man mehr Geld generieren und immer diese Wirtschafts-Scheiße. Das kannst du natürlich denken, aber ihr könnt natürlich auch sagen, ja, Fortuna will Geld irgendwie erwirtschaften und deswegen macht man das. Micha, ein rotes Trikot gibt es auf jeden Fall. Das wäre auch, wäre auch... Wäre auch traurig, wenn nicht. Ja, das wäre ja auch... Da würde man aber die... Da würde man aber auch... Die Leute, die sich um das Trikot kümmern, die würde man auch aus der Stadt jagen, wenn es einfach kein rotes Trikot geben würde. Aber Fortuna hat diesen Swap mit Rot und Weiß schon immer gemacht, mal das Weiß-Heimtrikot, mal das Rot-Heimtrikot. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen. Wo wir uns Gedanken drüber machen sollten, wäre auf jeden Fall der Kreuzbandriss von Kevin Stöger. Also gut für uns, jetzt wirkt er nicht nach Rom, weil wir kaufen verletzten Spieler, der in den Jahr ausfällt. Aber wie schätzt das Ganze ein? Ja, ich finde es ist halt ärgerlich, dass es irgendwie... Ja, es war glaube ich auch schon die 88. Minute oder so und dann holt er sich einen Kreuzbandriss in einem Spiel, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Ja, und ich sag mal so, das ist eigentlich auch das Schlimmste eigentlich, was Fortuna passieren könnte. Weil ich sag mal so, da hätte man ihn, glaube ich, auch lieber verkaufen können, sag ich mal, für die Kohle noch. Und jetzt fehlt er... Also ich sag mal so, wenn Fortuna Glück hat, kann der zur Rückrunde zur nächsten Saison wieder spielen. Und das auch nur, wenn sie Glück haben. Aber jetzt die Hinrunde nächste Saison ist komplett durch für den. Und ja, da muss man auf jeden Fall einen Ersatz für finden. Es waren ja irgendwas zwischen 7 und 10 Millionen im Raum, die für überzahlt werden sollten. Entweder aus der Bundesliga oder aus Italien. Da waren auch einige interessiert. Jetzt wird es wahrscheinlich nichts. Können wir uns darum freuen, dass er halt wahrscheinlich seinen Versuch verlängert bei uns um ein Jahr oder zwei. Ja, keine Ahnung. Haut es mal unter den Post der Folge oder in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir würden uns dann auf jeden Fall in der Saisonvorschau auf jeden Fall aufgreifen. Jetzt müssen wir noch kurz über die U19 sprechen, die den, ja, Niederrhein-Pokal gewonnen hat und somit für den U19-Defit-Pokal qualifiziert ist. Also könnte unsere U19 dann tatsächlich zum ersten Mal richtig einen Titel angreifen? Ja, das auf jeden Fall. Die können nächste Saison beim U19-Defit-Pokal mitspielen. Ich habe praktisch auch nur das Halbfinale gegen Duisburg war es, glaube ich, auch nur mitbekommen und dann das Finale, das die dann gewonnen haben. Sogar sehr souverän. Ist auf jeden Fall gut, wenn sich unsere U19 im DFB-Pokal oder im U19-Defit-Pokal beweisen kann. Hoffentlich dann weit kommt und das ist dann natürlich auch ein Anzeichen, dass es mit der Jugend von Fortuna aufwärts geht, auch wenn, ja, auch wenn die Jugend besser geworden ist, aber man irgendwie trotzdem das Gefühl hat oder weiterhin das Gefühl hat, dass sich die Spieler dann wirklich in der ersten Mannschaft durchsetzen können, so siehe Bormut. Ja, da wird dann doch lieber noch einer aus Stuttgart ausgeliehen, aber anderes Thema. Kaminski hat eine geile Saison gespielt. Den Saisonrückschau könnt ihr dann in einer Woche hören, den zweiten Teil, wo wir exkensiv über Spiele sprechen, dann in zwei. Und eure Meinung zu den Themen und Feedback gerne in unserer 95-Gruppe. Ihr könnt das auch gerne unter dem Post der Folge knatschen oder in YouTube-Kommentare oder da, wo ihr es halt findet. Fünf Stunden auf iTunes wären überragend. Wir würden dann auch mal neue Posts vorlesen. Wir haben in den letzten Wochen ein paar neue Bewertungen bekommen, auch alle fünf Sterne. Wir freuen uns und bedanken uns bei den Leuten gerne dafür. Es wäre auch super, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Dann können wir euch auch vorlesen und euch so ein bisschen bewundern hier in der aktuellen Folge. Links dazu findet ihr natürlich unter den Show Notes in der Beschreibung, wie ihr auch möchtet. Wir machen die Folge rund. Ich hoffe, ihr hört natürlich dann nächste Woche rein, wenn wir dann den ersten Teil unseres Rückblicks starten. Ich bin der Wampendribbler. Er ist der Micha, der Schwerensky 8 auf Twitter. Wir sagen danke, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Hau rein, Däger. Gut Kick in die Runde. Unsere Verabschiedungen werden auch immer besonderer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017